Das ist ja ekelhaft. Ich fühle mich auch furchtbar. Ehrlich, ich bin heilfroh, dass ich nie was mit dir hatte. Sonst wäre ich jetzt eine von denen, denen du mitten in der Nacht vielleicht erzählt hast, du musst dringend weg, um dein Kaminbesteck zu reinigen. Dass du in Wirklichkeit keinen Kamin hast, hätte ich ja nicht gewusst. Was regst du dich so auf? Dich betrifft es überhaupt nicht. Sicher tut es das. Du bist ein lebendiger Affront gegen alle Frauen und ich bin eine Frau. Das klingt vielleicht eitel, aber bis jetzt hat sich keine beschwert. Wie denn auch, wenn du so schnell verschwindest? Ich glaube, sie hatten alle ihren Spaß. Wie willst du das wissen? Wie ich das wissen will, ich weiß es. Du meinst, weil sie... Ja, genau, weil sie... Woher weißt du, dass sie wirklich... Soll das heißen, dass sie ihr den Orgasmus vorspielt? Das wäre doch möglich. Ist gar nicht drin. Wieso? Die meisten Frauen haben es irgendwann schon mal vorgetäuscht. Das hat bei mir noch keine gemacht. Woher willst du das wissen? Ich weiß es eben. Oh, entschuldige. Richtig, ich hab's fast vergessen. Du bist ein Mann. Was willst du damit sagen? Ach, nichts, nichts, gar nichts. Nur, dass sich fast jedermann sicher ist, dass es ihm nicht passiert, während es fast jede Frau öfter tut. Also denk nach. Glaubst du, ich würde den Unterschied nicht merken? Nein. Hörst du auf. Alles in Ordnung? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh. Oh. Oh, Gott. Ja, so ist das gut. Ja, 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 ja. Ich will genau das, was sie hatte. Sleigh bells ring, are you listening? Oh, Gott. Oh, Gott. Vielen Dank.